Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Golden Muddy's Personal Training. Heute mal in einer ganz anderen Umgebung, weil es ist auch ein ganz anderes Thema, das wir hier anschauen. Und zwar geht es um Beauty. Wer hat das gedacht von mir? Ich, der mich nie schminkt. Aber jetzt kommt eben der Clou. Das ist es genau. Ich wurde angefragt, ob ich dieses Produkt testen möchte. Das sind magnetische Wimpern. Und ich weiss nicht, ob ich es sehe, aber ich habe ja keine Wimpern. Und darum habe ich gedacht, oh mein Gott, das ist genau das, was ich schon immer ausprobieren wollte. Und ja, halt einfach nie gekauft habe. Und jetzt darf ich diese ausprobieren. Und ich habe gedacht, das, was mich bei anderen Videos manchmal so begeistert, ist, wenn man wie von Anfang an mit dabei ist. Und darum nehme ich euch jetzt von Anfang an mit und mache mit euch auch gerade das Paket auf, was sich gerade auch schon eher als schwierig gestaltet, wenn man nicht so mega Fingernägel hat. Ich muss ja ganz ehrlich gesagt sagen, ich bin jemand, der sich eigentlich nicht schminkt. Also ich sehe es nur schon, meine Augenbrauen ist eigentlich eine Katastrophe. Aber das Einzige, was ich da teilweise mache, ist mit dem Maybelline Total Temptation, heisst er. So sieht man es. Den finde ich voll okay. Ich habe auch mal geschenkt bekommen. Und ich habe ganz neu diese Mascara gefunden. I Need a Miracle von Essence. Und ich finde den super. Ich habe früher am X-Tag gehabt. Heisst das den gleich? Ah, jetzt check ich. Das ist den gleich. Das ist den gleich Linie. Auch Total Temptation. Aber ich habe jetzt zweimal einen gekauft. Und als ich den gekauft habe, muss ich mal schauen, das ist ein ganz neuer. Und der ist irgendwie voll verklebt. Also, ich weiss auch nicht, es hat ausgesehen, als hätte ich ein Muster gekauft. Darum bin ich ein bisschen enttäuscht gewesen und darum bin ich jetzt zum anderen. Bin ich umgestiegen und der zaubert mir tatsächlich ein bisschen Wimpern, auch wenn keine rum sind. Also, jetzt, es ist ja eine magnetische, also es sind magnetische Wimpern. Jetzt, das Prinzip ist, dass man sich mit dem, wie sagt man dem sonst, wie so ein bisschen Kaya, so ein Eyeliner, genau, das ist das Wort Eyeliner. Das wird so lustig. Dass man sich mit dem, sieht übrigens so aus, so ein bisschen matt, oben durch einen Strich macht, also da zu. Was man vielleicht sagen muss, ist, ich habe da einmal tätowieren lassen. Darum sieht es vielleicht ein bisschen aus, als hätte ich Schminkchen drauf. Ist aber nicht so. Also, ähm, dann, eben natürlich muss man alles, ähm, also das ganze Make-up entfernen. Dann, tun wir das drauf. Ich mag das nicht alles durchlesen. Oh mein Gott, ich bin so gespannt. Ich habe keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Also, es hat jetzt das Bürstechen dazu. Und ich nehme jetzt da mal ein bisschen raus. Und, oh mein Gott, es ist ja ein bisschen, es fühlt sich für mich an, als würde ich mir Teere hinschmieren. Also, es ist nicht wie ein normaler Eyeliner. Sonst ist es so richtig, oh, dickflüssig. Ich mache jetzt die Seite auch nachher. Haben wir übrigens auch das Problem, dass ich immer meinst den Mund offen haben, wenn ihr euch schminkt. Also, ach, ich bin so schlimm, ich glaube. Also, ich muss ja sagen, ich habe keine Ahnung. Wie dick, dass man das auftragen muss. Und sie ist jetzt auch nicht gerade die schönste Linie. Ich weiss nicht, ob ihr das seht. Aber. Du, ihr kennt mich, gell? Ich habe Nerven nicht für diese Sachen. Und darum. Also. Wir haben die Wimperer. Und so, wie ich das verstanden habe. Ich mache es mal ohne Zange jetzt. Oh mein Gott. Ohne Böse Sitte. Ich probiere jetzt das mal von Hand. Weil eigentlich, wenn ihr jetzt das... Oh, magnetisch ist, dann sollte das gehen. Oh, das tut mir richtig weh. Wir müssen noch mal schnell schauen. Die Wimperer sind wie Plastikteiler. Ich zeige es gleich schnell so. Also Plastikdinger dran. Und man muss sie so wegreissen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich mache doch schon alles kaputt. Oh, okay. Und jetzt. Was ist jetzt das echt? Das linke Auge. Kommt das drauf an? Ja, wahrscheinlich schon ein bisschen. Also da ist sie ein bisschen kürzer als da. Darum probieren wir das jetzt so. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Also gut. Mein Problem ist, meine Böse Sitte ist ja auch magnetisch. Hey, aber Leute. Ich glaube, das funktioniert sogar. Also. Ich gebe es halt. Du. Ich gebe das Hebt. Warte, ich mache den zweiten auch noch. Also. Ich muss stören. Ich muss sagen, es stört mich ein bisschen. Hier drinnen. Weil es ist ein bisschen, als wäre etwas. Dort dran. Was nicht dort hingehört. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich es ein bisschen weiter raussetzen müsste. Damit es mich weniger stört. Aber es hebt. Hey, ich glaube es nicht. Oh mein Gott. Ich habe mich noch nie mit so Wimpern gesehen. Also Moment. Ich möchte eigentlich das ein bisschen mit besserem Licht. Seht ihr das? Ich glaube, mir sieht es nicht so gut, gell? Moment. Oh mein Gott. Ich habe so grosse Wimpern auf einmal. So lange. Okay. Sehe ich das? Oh mein Gott. Also. Da vorne. Ich glaube, ich kann gar nicht so nahe hinzuziehen, dass ihr das seht. Aber da. Wenn ich mal wieder aufhören blinzeln, geht es auch ein bisschen besser. Dazu. Aber auf dieser Seite habe ich das Gefühl, es ist ein bisschen zu weit vorne. Also ich nehme es mal nochmal weg. Ups. Das ist echt voll easy. Schau, das hat da wie so diese Magnetchen dran. Ich probiere es jetzt noch an. Ein bisschen weiter aus. Super. Oh, ich fühle mich ein bisschen wie eine Dragqueen. Ich sage es ehrlich. Ich habe mich noch nie mit so Wimpern. Oh, da ist mir schon wieder abgekriegt. Seht ihr das? So. Aber hey, ich muss wirklich sagen, wenn ich das noch ein bisschen halten würde, ich habe ja noch nie so etwas gemacht. Und es ist so easy gewesen. Ich meine, sorry, man muss schnell. Ich habe einfach viel zu viel geschwätzt. Ich bin begeistert. Also nochmal. Das Teil heisst Ardell Professional. Gibt es in der Schweiz. Neuerdings, so wie es mir ist, sogar im J*****. Und ich kann euch das wirklich empfehlen. Ich glaube, mal so für ein Event oder ein Shooting würde ich das voll machen. Ah, ich kann auch nie Wimpern. So gut. Also, that's it. Von meiner Seite als Beauty-Blogerin. Vielleicht bis zum nächsten Mal. Vielleicht kann ich mich noch viel mehr Anfragen über so etwas. Und danke dir, dass ich es ausprobieren durfte. Danke, wenn ihr zugeschaut habt. Und bis zum nächsten Video. Tschüss. So, ich sage jetzt gute fünf Minuten drauf. Und ich habe gedacht, das ist vielleicht noch wichtig, um zu erwähnen. Sie fühlen sich mega natürlich an. Also es ist nicht so, dass ich das Gefühl habe, sie sind schwer. Weil das hat mir mal jemand erzählt von anderen. Und es ist auch nicht so, dass ich das Gefühl habe, ich spüre eigentlich gar nichts. Also es ist mir nichts im Weg. Es versperrt mir nichts die Sicht. Und ja, es fühlt sich einfach natürlich an. Ich gebe das ist sehr, sehr wichtig bei so Wimpern.